Hallo und herzlich willkommen beim barverliebt.eu-Fußball-Podcast, Ausgabe, ich glaube, 5 dieser Europameisterschaft. Philipp, 5? Du bist gemein. Ich wollte gerade sagen, du kannst nicht einmal bis 5 zählen und dann fragst du mir, ich muss gestehen, den fuhre ich ganz sicher nicht. So, damit wisst ihr, mein lieber Kollege Philipp Einzinger ist wieder dabei. Mein Name ist Tom Schaffer und wir sprechen heute über das anstehende Viertelfinale der Euro 2020. Drei Runden in der Gruppenphase, eine Vorschau und das Achtelfinale. Jetzt sind wir bei 5. Passt, haben wir hingekriegt. Achtelfinale vorbei, Viertelfinale steht bevor. Wir reden über beides. Dabei natürlich über die Partie Österreich gegen Italien, natürlich über England gegen Deutschland und über natürlich die Schweiz gegen Frankreich. Aber eh, über alle Partien eigentlich. Nur die drei wollte ich jetzt herausheben, weil wir wissen, dass wir in Österreich, in Deutschland und in der Schweiz natürlich die meisten Zuhörer haben. Man macht alles für das Publikum. Apropos alles für das Publikum. Wir bedanken uns bei unseren Saisonkartenbesitzern. Florian Strauß, Michael Bacher, Michael Molzer, Rene Euscher und Thomas Stiegmeier. Das sind unsere fünf Saisonkartenbesitzer in der Patreon-Kampagne. Sie sind fünf von 44 Menschen, die mit ihrer Unterstützung Ballverliebt möglich machen. Wenn auch du das tun möchtest, weil du jetzt schon ein paar Mal zugehört hast und findest, was wir hier machen, ist cool, dann geh auf ballverliebt.eu und du findest dort alle Informationen oder auf patreon.com slash ballverliebt. Dort kannst du uns unterstützen. Ein Bier im Monat wäre schon wirklich super und wir sind dann unserem neuen Ferrari einen Schritt näher. Ja, das ist unsere Patreon-Kampagne. Philipp, jetzt geht es ans Eingemachte. Es geht um die Achtelfinale, es geht um die Viertelfinale. Wir beginnen natürlich mit den Achtelfinalspielen, die schon vorbei sind. Und wir beginnen, diesmal nicht chronologisch, sondern wir beginnen mit dem Montag, denn der ist ein bisschen denkwürdig gewesen. Wir beginnen mit, ich würde sagen, Kroatien gegen Spanien. Ja, Montag, der 28. Juni 2021. Football, bloody hell. Bloody hell. Wir haben nicht weniger, in zwei Spielen nicht weniger, ich muss rechnen, jetzt sind scheißrend 14 Tore gesehen und da haben wir noch den Elfmeter nicht mitgerechnet. Tja, wie wir schon gesagt haben. Was waren das für Spiele? Ja, crazy shits. Und beide haben eigentlich nicht so angefangen, als würden sie großartige Spiele werden, muss man auch dazu sagen. Das ist richtig. Kroatien gegen Spanien, um jetzt da zu bleiben, erste Hälfte 1 zu 1. Am Schluss, alle wissen es mittlerweile natürlich, 3 zu 5 in der Verlängerung für die Spanier. 3 zu 3. Angezündet wurden eigentlich, also die ersten 20 Minuten, so wie man es erwartet hat. Kroatien lässt das spanische Ballwesitzspiel ein bisschen über sich hier gehen, hat schon zweimal Glück, Spanien zweimal wieder Riesenchance. Ja, und dann das. Ein Clowns-Eigentor, wie man es, also wenn man es möchte, da bringt man es nicht so hin. Pedri von der Mittlinie, Rückpass Richtung Unai Simon, der will sich den Ball stoppen, macht einen technischen Spieler, der Ball hoppelt hinter ihm ins Tor. Mein absolutes Lieblingsproblem von, man kann Dinge nicht so weit durchdefinieren, dass es keine schwachsinnige Auslegung davon geben würde, ist, dass das ein Eigentor von Pedri gewesen ist. Das haben sie auch irgendwie 5 Mal umgedreht. Das war einmal Eigentor Pedri, dann bei der nächsten Einstellung eins von Unai Simon und dann wieder von Pedri. Es gibt da sicher irgendwo eine Definition, wenn du ein Tor gibst und dann ist es einfach nicht anders möglich gewesen, als das dem Pedri zu geben, aber es ist einfach nur crazy. Ich meine, der hat einen ganz normalen Pass über 45 Meter gespielt und sein Mitspieler ist Stepper, den Anz nehmen und deshalb schießt er Eigentor. Es ist eine ganz große Klasse. Ja, damit hat das Spiel und auch der Abend sehr vielversprechend begonnen. Kroatien zu diesem Zeitpunkt Expected Goals 0,0. Kein Schuss, kein Ansatz von einem Schuss in Richtung Tor von der Spanier und schlussendlich 1 zu 0 in Führung gegangen mit einem 45 Meter Eigentor der spanischen Nationalmannschaft, die Sekunden davor eigentlich eine tausendprozentige Chance vergeben hat. Also wirklich, in dem Moment habe ich mir gedacht, völliger Self-Destruct-Mode im spanischen Team. Keine Ahnung, was da los ist, was in diesen, dass er sich, 120 Sekunden passiert ist. Völlig, völlig abwegig eigentlich. Aber ja, es ist ja weitergegangen. Ja, und wie, auch für Unai Simon, weil der hat eine richtig starke Partie gemacht, der hat einige noch gut rausgeholt, weil die Kroaten, die sind dann mutiger geworden, die sind dann ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben sich mehr getraut, sind ein bisschen früher angelaufen und haben dann auch die Rechnung dafür präsentiert bekommen in Form des Ausgleichs. dann steht es 1, also Sarabia, 38. Minute, steht es 1,1 zur Halbzeit und können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern im internen WhatsApp-Ballverlieb-Chat, da war der Kollege Bichler dann auch noch dabei, also waren wir sich alle relativ einig, zweite Halbzeit wird das wahrscheinlich, also Spanien doch irgendwie, die haben sich von dem Schock recht gut erholt gehabt, dann Ausgleich gemacht, während die Kroaten wahrscheinlich nicht mehr viel entgegensetzen können. So, und dann macht der Aspile Gualta in der 57. Minute das 2,1, der Ferran Torres in der 77. Minute das 3,1 und wir haben recht gehabt, oder? Ja, alles klar, alles super und dann sind die spanischen Defensivleute allesamt auf Urlaub gegangen. Komplett. Hat aber dann auch schon im Mittelfeld angefangen. Ja, ja, mit Defensiv meine ich jetzt einfach alle, die sich defensiv in irgendeiner Form engagieren sollten. Spanien mit einer Leistung, wo ich sage, ja, die haben jetzt beinahe 10 Tore in zwei Spielen geschossen und trotzdem ist man sich nicht sicher, ob die in irgendeiner Form Europameister werden können, weil defensiv einfach eine Frechheit bei Zeitung. also die müssen wirklich viele Hütten noch schießen in diesem Turnier, damit sich das ausgehen kann. Ja, in diesem Spiel ist es sich ausgegangen. Schon alleine das 2 zu 3 von Kroatien, also das war ja irgendwas in der Mitte, da dribbeln sich die Kroaten von der Seite irgendwie rein und ich glaube der Modric war sogar an drei Spaniern vorbei, kurz vor die Mitte und dann gestochen und dann heizt irgendeiner drauf, in dem Fall dann der Mislaw Prozic. Ball wird wieder raus und alle spielen weiter, nur der Schiedsrichter, der deutet auf seine Uhr. Auch das wäre ein völliges Clowns-Tor eigentlich zum Kassieren. Also ja, zum Kassieren, aber andererseits habe ich es auch saugeil gefunden, dass die Kroaten in der Situation wirklich die Torlinientechnologie gebraucht haben, weil ich glaube sie dreimal aus vier Meter Entfernung einfach aufs halblehre Tor geschossen haben und in letzter Sekunde haben sie quasi ein Tor geschossen, weil der Goalie zwei Zentimeter zu weit hinten war mit seinem Fuß beim Blocken. Ja, okidoki. Es war kein hochwertiges Fußballspiel, aber es war super unterhaltsam, muss man sagen. Ja, und dann das 3 zu 3 in der Nachspielzeit und Verlängerung und da sind die Kroaten ein bisschen ein Problem gestanden, weil nämlich natürlich eine Viertelstunde vor Schluss auf der Jagd nach zwei Toren Slatko Talic hinten die Viererkette aufgelöst hat und zusätzlichen Stürmer gebracht hat. Dem Prekolo da steht es 3-3 und Verlängerung, da hat er vor allem keinen Außenverteidiger mehr auf dem Platz. Da hat dann der Prekolo doch wieder zurückgehen müssen, also eigentlich ein astreiner Flügelstürmer von Wolfsburg, der war dann auf einmal der Rechtsverteidiger und das hat man dann im Laufe der Verlängerung auch gesehen, was das Defensivverhalten angeht bei ihm. Schlussendlich Spanien setzt sich durch, Spanien setzt sich verdient durch in einem wahrscheinlich der unterhaltsamsten K.O.-Spiel, das man je bei einem Turnier gesehen hat, wie gesagt, nicht der besten, aber der unterhaltsamsten, hat wirklich viel gehabt durchs Spiel, Spanien verdient weiter. Und was viel auch glaube ich beigetragen hat, also dadurch, dass das Spiel so dicht wirkte und auch so unterhaltsam, das war dann, das muss man auch lobend erwähnen, wieder das Stadion in Kopenhagen, das Parken, genau eben wie beim 4-1 von Dänemark, da waren natürlich andere Emotionen dann dabei von den Rängen, aber gerade dass dann eben solche mittelgroßen Stadien, also das Parken gehen dann wie viele rein, 30, 35 draußen oder so, und das ist schon mit Abstand das größte Stadion in Dänemark, also das ist dann schon eines von den Aspekten, also wir haben uns viel gewundert und lustig gemacht im Teil und das ist auch sicher nicht ohne Problematik, das Ding mit elf Standorten in ganz Europa, aber Kopenhagen, die haben da schon das meiste draus gemacht, weil die hätten niemals eine Chance, so ein Turnier zu organisieren, solche Spiele zu erleben. Das stimmt, 22.000 waren übrigens da im Stadion, ich verstehe es immer noch nicht, wie das möglich ist, es schaut eigentlich überbelegt aus, aber es ist tatsächlich, es ist ein Drittel voll, also ein Drittel nicht voll quasi. noch zu erwähnen, Alvaro Morata viel Kritik kassiert in Spanien, auch in diesem Turnier, weil er halt nicht wahnsinnig viele Tore schießt, aber unheimlich viele Chancen sich erarbeitet, macht schlussendlich das entscheidende Tor in der 100. Minute und die Spanier legen dann drei Minuten später noch eins drauf und dann war es das in dem Fall auch, nochmal sind die Kroaten dann nicht zurückgekommen von einem Zweitor-Rückstand und dann haben wir gedacht das war es für diesen Abend thank you very much this was nice und Frankreich-Schweiz das nehmen wir halt so mit schauen wir halt einmal in Frankreich nach einer Stunde drei, 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 vier dann gehen wir heim oder dann gehen wir ins Bett in dem Fall oder sowas in der Richtung oder sowas in der Richtung ist nicht ganz so gekommen auch dort 22.000 Zuschauer diesmal in Bukarest Frankreich gegen die Schweiz es beginnt mit naja sagen wir so es beginnt eigentlich mit einem Tor für die Schweiz 15. Minute Seferovic bringt die Schweiz per Kopf in Führung und das auch einigermaßen verdient die Franzosen sind in dieses Spiel gegangen wie sie in die letzten zwei Turniere gegangen sind hochkontrolliert nicht ambitioniert besonders nicht wenn man es daran misst was dieses Team können muss und die Schweiz geht in Führung und die Franzosen reagieren eigentlich nicht und jetzt möchte ich kurz Einspruch erheben wenn du sagst kontrolliert ich stelle mal die These auf du kannst nicht in der Defensive kontrolliert spielen wenn du mit Clement Langley spielst vor allem wenn du das in deiner Dreierkette machst und das ganze Turnier nicht gemacht hast und ja ich hab dann gestern Abend schon also am Montagabend schon auf die Meldung noch gelesen niemand der auch nur auf semi regelmäßiger Basis Barcelona in den letzten eineinhalb Jahren gesehen hat kann auch nur mit Wertesten auf die Idee kommen dass es eine gute Idee ist Clement Longley da spielen zu lassen weil der wird nicht von einem anderen mitgeschleppt der zieht alle anderen runter und genau so hat das dann noch ausgesehen also auch in diesem etwas ungewohnten System was dann der Didier Deschamps dann auch für die zweite Halbzeit korrigiert hat exakt der bringt dann Kingsley Coman zur Pause gesetzt von diesen drei oder diesen fünf drei zwei oder drei fünf zwei je nachdem wie man es lesen will hat er umgestellt auf ein auf ein klassischeres System 4231 würde ich sagen kann man das nennen so die Richtung und ja Frankreich übernimmt dann auch ein bisschen mehr das Heft aber immer noch mit Handbremse also es ist immer noch dieses saugeile Team auf dem Papier mit einem Superstar nach dem anderen und irgendwie hat man immer das Gefühl die Franzosen spielen das alles mit Handbremse man ist nichts Neues sie haben das ganze Turnier 2018 so gewonnen sie haben die ganze Vorrunde im Prinzip auch so gespielt auch 2016 so 2016 würde ich fast sagen ein bisschen weniger davon aber ja auch ich glaube dass 2018 ein bisschen haben sie das noch verschärft weil sie mit diesem mehr Risiko dass sie 2016 genommen haben dann schlussendlich eingefahren sind im Finale aber 2018 auf jeden Fall auch 2021 jetzt ganz klar so alles gespielt und plötzlich 55. Minute VEA wird auf der Handbremse eine Notbremse eine absolute Notbremse VEA schlägt an und zwar zu einem Zeitpunkt als Mbappé im gegnerischen Strafraumumfeld aber nicht deshalb sondern weil auf der anderen Seite ein ein Foul passiert ist wo ich bis heute wo man niemand erklären kann wie blind der Schiedsrichter gewesen ist dass er für das VEA braucht relativ offensichtlich das Foul da mäht einer einfach das Foul dauert wirklich zwei Meter lang das geht an der Strafraumgrenze los geht bis eineinhalb Meter in den Strafraum rein währenddessen ist es die ganze Zeit ein eindeutiges Foul weil der eine Spieler den anderen umtacklt und spielt jetzt weiter und auf der anderen Seite fällt ein paar B um und plötzlich schlägt VEA und ich habe mir wirklich gedacht leck mich am Arsch das gibt es jetzt nicht oder nein tatsächlich VEA Gott sei Dank ist es da wir hatten das wir werden darüber noch sprechen im Sinne des österreichischen Spiels aber hier hat es sich ganz eindeutig gezeigt Gott sei Dank gibt es VEA Schweiz bekommt einen Elfmeter aber verschießt ihn und mehr oder weniger im Gegenzug kommt der Ausgleich und mehr oder weniger eine Minute später oder zwei Minuten später der Rückstand und dann hat es eigentlich so ausgesehen als würden die Franzosen drüber fahren Pogba legt in der 75. Minute noch ein Traumtor nach einen Schuss aus ich weiß weiß ich 25 Meter genau dorthin wo er hin muss aber können wir noch mal kurz reden über die Ballannahme von Ben Semar beim 1 zu 1 das können wir gerne was ist das 1 zu 1 oder das 2 zu 1 weiß ich nicht mehr also wir da den Ball so so im Rücken mit so irgendwie nicht hinschauen der so halb verspringt noch im Vorbeilaufen noch mitnimmt also das war in Original Geschwindigkeit schon Pilz in der Wiederholung hat man die ganze Schönheit von dem Ding erst gesehen ja natürlich wunderschön aber der kann was an Boll das schon wobei also kein Mensch auf der Welt kann mir sagen dass er das kontrolliert gemacht hat bei allem Respekt natürlich der Instinkt der da anschlägt ist der richtige und der kommt nicht von irgendwo sondern das ist Talent aber dass das so passiert das geht ihm ein von 25 Mal auf glaube ich in dem Fall geht es ihm auf was wirklich die Klasse ist und nicht eben dieser reine ein bisschen glückliche Zufall ist dass wie er reagiert auf diese Situation es gelingt ihm das und er ist nicht selbst davon überrascht sondern er rechnet hundertprozentig damit dass ihm der Scheiß gelingt und macht dann einfach saucool das Tor das ist für mich das was es ausgemacht hat dieses Tor das andere ist schaut geil aus ist natürlich Talent aber es ist auch super glücklich aber das Tor an sich dann war sehr cool gemacht und das nächste natürlich von Bocpard auch nicht von schlechten Eltern und plötzlich ist Frankreich nach 75 Minuten 3 zu 1 vorne es ist eigentlich alle Ungerechtigkeit der Welt der Underdog hat bis dahin mehr gemacht ich würde sagen auch besser gespielt einfach die engagiertere Leistung gezeigt und ist plötzlich 3 zu 1 hinten nachdem es so knapp dran war am 2 zu 0 eigentlich super bitter ja und die Kommentatoren am CTF haben das dann auch schön gesagt da wird aus der aus dem Selbstvertrauen auch Selbstgefälligkeit am Schluss bei den Franzosen also nicht nur am Schluss also das das defensive Anlaufverhalten das war irgendwie eigentlich immer nicht besonders gut aber das hat natürlich auch den Schweizern das Tor ein bisschen offen gelassen die Tür ein bisschen offen gelassen dass dir vielleicht dann doch auch noch was gehen könnte ich würde das gar nicht nur als Selbstgefälligkeit und Charakterfrage sehen sondern ich sage dass es auch die Chance schuld die Franzosen haben strategisch dieses Spiel gedacht sie haben es gewonnen haben wieder die Handbremse angezogen und haben die Rechnung dafür präsentiert bekommen Seferovic 81. Minute Gervanovic gleicht dann schon mal aus wird aber nochmal aberkannt und macht es nochmal sehr schön auch ein sehr schöner Treffer zum 3 zu 3 in der 90. Minute ja super Kampfleistung starke Leistung der Schweiz die haben es eben das eine Tor näher noch herangeschafft an die Situation zu diesem Zeitpunkt als die Österreicher zwei Tage davor gegen Italien und danach kommt eine Verlängerung die ich würde sagen wenn sie Sporen hätten können ja es gab alle einfach nur tot es gab die ein oder andere Chance aber das wäre so ein Ding wo ich mir gedacht habe eigentlich könnte man die Regel einführen dass man am Beginn jeder Halbzeit der Verlängerung alle fragt ob sie noch wollen oder ob wir gleich ins Elfmeterschießen gehen hätten wir an diesem Zeitpunkt sagen können machen wir gleich Elferschießen wäre cool genug gewesen und ja im Prinzip von 10 Schützen schießen 8 fantastisch einer geht ein bisschen glücklich rein das war Vargas zum 4 zu 3 und Kieler Mbappé scheitert schlussendlich an Jan Sommer und ja mit 4 zu 5 im Elfmeterschießen und 3 zu 3 nach 120 Minuten ist die Schweiz plötzlich weiter gegen Turnierfavoriten Frankreich Keiner ist so richtig furchtbar böse darüber ja ich weiß nicht wie es in Frankreich ausschaut außerhalb von Frankreich aber ich bin insofern nicht böse als dass mir ist das mir geht es einfach zuwider wenn man so eine Mannschaft so auflaufen lässt so unambitioniert spielen lässt auch dann wenn man Erfolg hat sei es drum gratuliere wenn man ihn nicht hat kann man zumindest kein Mitleid erwarten meiner Meinung nach und die Franzosen hätten hätten ein Team für die Ewigkeit sein können in den letzten jetzt doch schon 5 Jahren und schlussendlich sind sie ein Weltmeister geworden an den man sich nicht besonders gern erinnern wird und ein Europameisterschafts Achtelfinalist der weit unter seinen Möglichkeiten geblieben ist weil er die Handbremse einfach nicht ausgeschaltet ausgeschalten bekommen hat ja sind draußen werden sich noch lange über das ärgern und sich noch lange fragen was wäre wenn wir es ein bisschen mutiger angegangen wären mal schauen was passiert in den nächsten Jahren was passieren wird ist dass Granitxaka rutschern wird müssen am Freitag am Freitag ist das Viertelfinale gegen Spanien und das wird ihnen betun ja der nämlich eine Bombenpartie geliefert hat und tatsächlich eine echte Führungsfigur wie man so sagt am Platz gewesen ist wichtige Figur trotzdem würdest du sagen die Schweiz gegen Spanien chancenlos chancenlos nicht außenseiter ja einverstanden natürlich ich glaube auch dass es für die Schweiz es ist einfach ein bisschen Pech dass sie in diesem Ast drinnen sind da kommt ja jetzt Spanien dann würde als nächster Belgien oder Italien kommen und erst dann geht es quasi ins Finale ist ein bisschen zu viel des Guten also ich glaube sie haben schon eine zweite Überraschung können die noch drin haben gegen Spanien vor allem weil die Spanier eben auch nicht so stabil sind durchaus Schwächen haben die man ausruzten kann und Spanier die die Schweizer es doch gezeigt haben dass sie eine Mannschaft sind die das kann also das war ja taktisch eine hervorragende Leistung ganz einfach und aber das ganze viermal abzuziehen ist ein bisschen zu viel da haben es die Dänen leichter gehabt 1992 da hat es gereicht dass sie einfach nur durch die Gruppe irgendwie durchgerutscht sind dann waren sie sofort im Halbfinale Elfmeterschießen gewonnen und Endspiel die Dänen Stichwort würde ich sagen da gehen wir jetzt zurück wir waren jetzt am Montag jetzt gehen wir auf den Samstag zurück Wales gegen Dänemark eine glatte Sache schlussendlich hat aber 20 Minuten lang nicht so ausgesehen 0 zu 4 geht es am Schluss aus für die Dänen war ein Spiel wo wir vorher gesagt haben die Favoritenrolle ist verteilt aber nicht so klar dass alles andere eine Überraschung gewesen wäre jetzt haben die Walliser gut angefangen und dann haben die Dänen das gemacht was sie in diesem Spiel schon öfter gemacht haben und was sie auch auszeichnet nämlich sie haben ein verdammt gutes Ingame Coaching gehabt und das auch auf dem Platz gut umgesetzt also sowohl der Trainer hat sehr schnell auf die Probleme am Feld reagiert oder Chancen am Feld gesehen kann man auch so ausdrücken und die Mannschaft hat auch gewusst wie es ausdrückt sie haben quasi aus der Fünferkette einen vorgeschoben haben den Anders Christensen quasi einen Sechser spielen lassen und ab diesem Zeitpunkt nach circa 15-20 Minuten ist das Spiel mehr oder weniger in nur mehr eine Richtung gegangen und die Dänen haben Wales mit 4-0 eliminiert Ja Grunde genommen war nach dem 1-0 und vor allem auch diese was mir gedacht hat bei diesem Torjubel der steht einfach da und selbstverständlich natürlich baue ich den aus 25 Metern einen aber wo ist denn sonst dieses irre Selbstverständnis was sich die Dänen da in den letzten paar Spielen erarbeitet haben und hängt sicherlich auch zu einem großen Teil eben ja also natürlich die Rennen für Christian Eriksen und so weiter klar aber das haben wir ja in dem März schon gesehen Kasper Jühl meint der Trainer was der für eine Transformation geschafft hat mit dem Team eigentlich mit dem selben Personal wenn wir uns erinnern 2018 mit seinem Vorgänger Auge Hareide das war ein sehr biederes Team die Dänen bei der Weltmeisterschaft ganz fader Fußball irgendwie sind ins Achtelfinale gekommen dann dort ausgeschieden eigentlich von Uli irgendwie dass die langweilige Truppen jetzt weg ist und vor ein paar Tagen war eben möchte ich nochmal kurz verweisen eben auf den Totally Football Show den Podcast von The Athletic die haben Nils Harlid gehabt einen dänischen Fußball Experten der eben auch berichtet hat darüber dass der Skepsis schon da war als es geäußert Kasper Jühlmein übernimmt für Auge Heide weil er den Fußball einfach völlig anders denkt weil hat das beschrieben so Jühlmein der sich selber auch so ein bisschen als Träumer bezeichnet und die Fußball Romantiker und der sich selbst irgendwie sieht so in der Schule von Johann Kreuf und so im Gegensatz eben zu diesem völlig humorlosen skandinavischen Fußball Pragmatiker dem Auge Haareide das aber so schnell und so gut funktioniert hat das eben auch dann eben nicht nach einem 1 zu 0 so gut wir führen jetzt 1 zu 0 jetzt schauen wir dass wir das drüber bringen sondern so jetzt führen wir 1 zu 0 jetzt haben wir den Gegner zack und jetzt machen wir fertig das war gegen die Russen so und das war gegen Wales aber genauso und das spielt sicherlich auch mit dadurch dass Dänemark so ein Team ist dass dem jetzt alle irgendwie die Herzen zuwerfen glücklich zu Recht auch also jedermanns zweites Team sozusagen mindestens und ja vielleicht noch zu den Torschützen also Dahlberg hat ja das erste und das zweite Tor gemacht der hat eigentlich nur gespielt weil Josef Paulsen ausgefallen ist und ja also wir haben es schon im letzten Podcast gesagt und ich wiederhole es jetzt hier nochmal ich finde einfach die Dänen sind ein sehr gut gecoachtes Team und ein Team das auch mit diesem Coaching sehr gut umgehen kann also das das weiß das einfach das sind einfach hochqualifizierte Fußballer sagen wir so nächste Station werden die Tschechen sein ganz kurz stopp noch darf ich ganz kurz noch reingritschen Kasper Jühl war auch mal in der deutschen Bundesliga ist dort gescheitert aber in Mainz als Nachfolger von Thomas Tuchel was ich nachhinein jetzt doch bis zu einem gewissen Grad vielleicht verstehe weil das auch vom Zugang her womöglich ein etwas gar großer Unterschied war aber vielfacher dänischer Meister mit Norges Land unter anderem also der weiß schon was er tut das hat man dann auch beim Nationalteam gesehen genau ja Neuscheland alle die aufgepasst haben in den letzten Jahren die hatten einfach einen super Lauf und so ein bisschen das waren die ich verwechsel das in Dänemark war das die mit dem Moneyball-Ansatz oder ist das Midtjylland das ist Midtjylland Midtjylland ja ok ok Glenn Riedersalm ähm gut gut ja äh Gäger nicht die Niederlande nicht die Niederlande so und da habe ich dann vorher bevor wir die Aufnahme gestattet haben ich habe gesagt Holland gegen Tschechien ist eines der genialsten geilsten großartigsten dramatischsten Fußballspiele gewesen die es auf diesem Planeten gegeben hat und jetzt mindestens in den letzten 20 Jahren und jetzt grätsch ich rein 2004 ah was versaut ja ich habe gesagt ich grätsch jetzt rein er ist nicht sarkastisch wenn er das sagt und dann ja stimmt ja Entschuldigung Entschuldigung er meint das ernst aber er meint nicht dieses Jahr und nebenbei entscheidet sich gerade das letzte Achtelfinale ähm ja äh jedenfalls jetzt darfst du weiterreden jetzt darf ich das hat jetzt alles irgendwie alles irgendwie zusammengekaut ne äh äh 3 zu 2 für Tschechien bei der Europameisterschaft 2004 in Portugal damals bei den Tschechen dabei eben Poporski Rosizki Nedved Koller Baros ähm Peter Tschech im Tor ja und jetzt ist es was die Tschechen machen schick aber eher nur auf dem Spielberichtsbogen und nicht so furchtbar auf dem Feld ja also es ist ähm beide wir haben uns die Partie oder ich habe die Partie angeschaut aber eigentlich mit sehr wenig Interesse äh ich glaube du hast sie gar nicht gesehen ähm es wir haben uns die Tschechen im Turnier ein paar Mal angeschaut und ich habe sie eigentlich immer ignoriert weil sie ein völlig uninteressantes Team sind jetzt stehen sie plötzlich im Viertelfinale und ich kann dir nicht hundertprozentig erklären wieso ich weiß die stehen solide die machen keinen Nonsens und viel mehr kann ich darüber eigentlich nicht sagen es ist ein wirklich uninteressantes Fußballteam ähm das über eine glückliche Fügung Sondergleichen als Dritter in einer Gruppe weitergekommen ist dann gegen einen sehr schwachen Gruppensieger äh jetzt war aufgestiegen und plötzlich im Viertelfinale gegen Dänemark stehen ähm es ist äh also es ist nicht hundertprozentig erklärlich meiner Meinung nach es war eine schwache Partie gegen die Niederlande äh nicht wahnsinnig spannend anzusehen beide Mannschaften haben sich irgendwie schwer getan dann hat äh De Ligt die die rote Karte gesehen über die könnte man diskutieren ähm und das war im Prinzip das Ende wenn die schon vorher war es war nicht so dass die die Niederländer vorher überlegen gewesen sind es war eine offene Partie bis dahin im Sinne von dem dass man nicht wusste wer sie gewinnen wird ähm aber natürlich nach diesem Ausschluss von De Ligt war es vorbei ähm und die Tschechen haben äh sich schlussendlich mit 2 zu 0 durchgesetzt ähm der Ausschluss von De Ligt hast du das gesehen die Situation nein habe ich ähm ich finde man kann insofern darüber diskutieren als dass ähm der Ball also De Ligt bekommt den Ball dreht sich um will eigentlich zum Torhüter zurückspielen fällt aber dabei also rutscht aus ähm und in der Situation der tschechische Spieler ich glaube ich weiß nicht ich habe gesagt nicht mal wer das war in der Situation ähm rennt ihm hinten ein bisschen über die Füße und der schon ausrutschende De Ligt quasi fällt nochmal näher hin nimmt den Ball mit der Hand ist letzter Mann wenn man das als Handspiel und ohne vorheriges Foul wertet dann ganz klar eine rote Karte weil der letzte Mann hier eine klare Torchance verhindert was man aber anders sehen hätte können ist meiner Meinung nach ob das nicht ein bisschen ein Stürmer voll gewesen ist nicht dass der Stürmer wirklich viel darüber gewusst hat aber er rennt dem anderen De Ligt ganz klar hinten über die Füße davon abgesehen sind die Niederlande relativ deutlich und relativ verdient schlussendlich ausgeschieden weil wir haben es schon vermutet im letzten Podcast sie ein bisschen überschätzt wurden nach dieser Gruppenphase und ja das Ausgegen Tschechien ist trotzdem überraschend aber dass sie nicht Europameister werden nicht wir hatten sie das ganze Turnier auch nach diesen drei Siegen in der Gruppenphase nie wirklich auf dem Zettel und wenn schon meine Einleitung mit dem schlechten Namens-Joke nicht so recht gezogen hat dann möchte ich es nochmal mit einem etwas anderen Winkel probieren dass die Tschechien jetzt im Viertelfinale sind ist das Zufall ja ich glaube schon also in dem Sinn ja du hast jetzt den Gegner nicht verstanden oder nein den habe ich jetzt echt nicht verstanden was habe ich nicht dafür der tschechische Rechtsverteidiger heißt Zufall achso ok als Premier League Experte könntest du das wissen ja aber den spricht dort niemand so aus mein Lieber Zufall sagt da keiner sprechen sie ihn falsch aus Zufall das kommt hin dass man man ist ganz sicher so dass den jemand falsch ausspricht aber Zufall glaube ich hat noch niemand hat noch niemand gesagt jedenfalls drum habe ich den Witz auch nicht schreckt nice try jedenfalls ja es ist Zufall es ist wirklich ein bisschen eine Absurdität dieses Juniors dass du quasi so durch die Gruppenphase kommen kannst gegen einen gegen einen schwachen Gegner wie die Schotten mit Glück gewinnst dadurch dritter wirst dann einen überschätzten Gruppenersten besiegst der sich eine blöde rote Karte in einer blöden Situation abholt auch noch und jetzt stehst du quasi im Viertelfinale es ist eine Absurdität dieses Turniersystems aber man es sei den Tschechien vergönnt die Niederländer hätten dieses Turnier so oder so nicht gewonnen in dem Sinn werden sie es wahrscheinlich auch verkraften dass es jetzt halt aus gegen Tschechien gewesen ist und nicht nächste Runde halt gegen Dänemark denn das hätte vielleicht sogar noch mehr irgendwie wehgetan weil dann hätten sie die Euphorie noch ein bisschen hochgestachelt und jetzt ist ganz klar sie waren einfach nicht gut genug glaube ich Thema wehtun Thema wehtun 198 Länderspiele als Bundestrainer hat Jogi Löw gemacht ein Halbfinale wäre Nummer 200 gewesen ja und jetzt kam der Curtin Call im Wembley im Wembley erste englische Pflichtspiel Sieg gegen Deutschland im Wembley seit dem Wem-Finale 1966 man mag es kaum glauben 2 zu 0 war es verdient war es verdient ich glaube ja ich glaube ja es war eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel wir hatten es schon vorher vermutet beide Teams haben sich jetzt nicht so gezeigt im Turnier dass man sagen würde dass jemand klar zu favorisieren gewesen wäre ich glaube die Engländer hatten das Spiel mehr unter Kontrolle ohne dass sie den Deutschen alle Chancen unterbinden konnten in der Partie also es hätte auch andersrum ausgehen können der große Unterschied ist beide Mannschaften haben sehr glaube ich auf kontrollierte Offensive gesetzt und die Engländer waren dabei effizient und die Deutschen nicht das war der große Unterschied es gab auch im Expected Goals am Ende dieses 2 zu 0 für England vom Expected Goals Wert her 1,34 zu 1,33 glasklar 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 ausgegangen ja ich habe schon nach einer Stunde so ein bisschen das Gefühl gehabt dass das plätschert jetzt zu einem bisschen einem Elfmeterschießen gegen womöglich aber ich habe das habe ich glaube im letzten Podcast gesagt ich halte England für die Mannschaft mit dem größeren Steigerungspotenzial gegenüber den Vorstellungen in der Vorrunde ich habe auch bei den Deutschen jetzt wieder den Entdruck gehabt das was sie gespielt haben ist so ungefähr das was die Mannschaft in dieser Konstellation womöglich auch mit diesem Trainerteam drauf hat also Hansi wird das dann flicken hoffentlich aus Sicht des DFB aber in dem Fall gilt tatsächlich England für die etwas tiefere Mannschaft die dann auch die klarere Chancen bis zu einem gewissen Grad gehabt hat hat sich zumindest so angefühlt und auch etwas etwas weniger fehleranfällig war in der in der Defensive da gab es kurz vor der Halbzeit einen ziemlich wilden Rückpass von Thomas Müller zum Beispiel in den Mitspieler freien Raum wo eine Riesenchance für England rausgekommen ist und wir haben es auch auch untereinander dann gesagt also so richtig der Punch aus dem Mittelfeld bei den Deutschen der war gar nicht da also das ist immer alles so irgendwie nett und gefällig aber so richtig gefährlich war das selten also es war ganz klar verteilt von der Rollenverteilung her auch die Engel haben versucht das Spiel zu machen die Deutschen nicht also das war ein Abwartung es war quasi die die Engelder haben versucht irgendwie eine Lösung zu finden haben sie schwer genannt damit aber trotzdem und die Deutschen haben mehr oder weniger auf die Konter gelauert waren aber dabei nicht gut genug wobei du hast gesagt Thomas Müller hat eine Riesenchance hergegeben er hat auch eine Riesenchance vergeben bei 1-2 für England darum wie gesagt das Spiel hätte auch anders ausgehen können ohne dass man es großartig berühmten kann aber ich finde auch die Engeländer sind die in dem Sinn reifere Mannschaft als das das kontrollierte zurückhaltende nicht aufregende Spiel ich bin ja jeder weiß es glaube ich mittlerweile ich bin England-Fan schon seit klein also seit ersten Kindheitstagen schon immer gewesen es tut ein bisschen weh die Mannschaft zu spielen zu sehen aber sie erinnert mich in dem Sinn an Portugal an Frankreich bei den letzten Turnieren die könnten aufregender spielen aber sie wählen ganz bewusst diese kontrollierte Methode und das schaut dann oft nicht souverän oder überragend aus aber bis jetzt muss man sagen England steht im Viertelfinale hat noch kein Gegentor bekommen bei dieser Europameisterschaft einziges Team hat Deutschland rausgeschossen hat gegen Kroatien gewonnen wo wir gesehen haben Spanien hat sich da nicht so leicht getan es hat nicht gut ausgeschaut gegen Schottland natürlich war keine gute Partie hat aber schlussendlich auch die Tschechen geschlagen die die Niederlande rausgehauen insgesamt also nicht dass das geil ist was die Englander da machen aber ich würde also ich würde jetzt nicht mehr gegen sie setzen sagen wir es mal so und die Älteren von uns werden sich erinnern oder die die einschlägige Literatur gelesen haben als die Engländer Mitte der 60er mit Elf Ramsey sich auf die WM vorbereitet haben da war das Geschrei groß was das denn für ein völlig langweiliges zurückgenommenes Spiel ist und dass das doch mit Fußball nichts zu tun hat und vor allem mit englischem Fußball nicht was jetzt passiert die sind mit dem pragmatischen Stil dann Weltmeister geworden also mit Hilfe unter anderem eines Leninrichters aus Aserbaidschan aber dass die Engländer auch in dem Finale ohne das Wembley-Tor die kleinbrechste Mannschaft waren wird jeder bestätigen der sich das Spiel mal angesehen hat kann ich übrigens empfehlen und jetzt geht's für die Engländer im Turnier eben weiter für Deutschland nicht mehr und es geht weiter und da muss man schon auch sagen also England wir haben vorhin spekuliert ob es vielleicht geschickter wäre für die Engländer nicht Gruppensieger zu werden wenn England nicht Gruppensieger geworden wäre hätten sie jetzt gegen Spanien gespielt hat sich ein paar Mal gedreht im Achtelfinale hat sich ein paar Mal gedreht so jetzt sind sie Gruppensieger geworden haben daheim gespielt gegen die Deutschen müssen jetzt einmal reisen fahren nach Rom und bekommen dort den Mitfavoriten Ukraine vorgesetzt und das finde ich deswegen lustig weil wir kommen da nachher nochmal kurz drauf die Todesgruppe F tatsächlich zur Todesgruppe G geworden ist ist nämlich die erste Gruppe wo alle ausgeschieden sind ja hatten wir wir hatten zuerst gedacht also das ist die F erwischt ist natürlich eine Überraschung aber wir hatten zuerst gedacht Gruppe C ist höchstens deshalb nicht die erste die es komplett rausschmeißt weil es das letzte Spiel ist im Schweden gegen die Ukraine am Montagabend tatsächlich ist es jetzt nicht so gekommen die Ukraine wir wissen sie ist dabei das ist eben das Spiel das gerade nebenbei gelaufen ist während wir die Aufnahme schon gestartet haben haben sich jetzt eben in der Verlängerung 2 zu 1 durchgesetzt und lassen damit die Gruppe C am Leben deren Gruppensicher bereits rausgeflogen ist Gruppenzweiter bereits rausgeflogen ist aber der völlig sinnlose Gruppendritte die Ukraine ist jetzt im Viertelfinale und spielt in Rom gegen England du hast dir das Achtelfinale gegen die Schweden vermutlich ein bisschen genauer angeschaut als Sympathisant der Schweden ja und das wer sich erinnern kann im letzten Podcast haben wir gesagt das wird eine Elenisch-Schweins-Partie war sie nicht das war überraschend unterhaltsam weil die Schweden tatsächlich auch was für ein Spiel gemacht haben Ukraine sich von Anfang an fünferte Defensivkette eher eben auf die Konte gelauert Zinchenko auf der Außenbahn Malinowski draußen Jamulenko der Flügelstürmer also im Angriff neben Jaremczuk und wir haben den Schweden gesagt so zeigt uns mal was ihr könnt und nach einer halben Stunde Konter Gegenstoß schneller Gegenstoß Pass quer durch den Strafraum am langen Pfosten steht Zinchenko völlig alleine und macht mit einem schönen Schuss das Eins-Turne für die Ukraine die Schweden haben sich erst einmal nicht davon schocken lassen sind gleich ihr Spiel wieder aufgenommen sehr viel also eigentlich alles gegangen über Emil Vorsperr von RB Leipzig der überall irgendwie die die Beine mit im Spiel gehabt hat wenn es irgendwie sinnvoll und gefährlich geworden ist dann war es eben auch genau er der Kurz vor der Halbzeit den Ausgleich erzielt hat und in der zweiten Halbzeit ist es dann zunehmend so ein bisschen doch ein wenig eingeschlafen die Partie ist dann mit eins zu eins in die Verlängerung gegangen wo sich die Schweden dann gleich mal nach zehn Minuten nach neun Minuten selbst geschwächt haben und das war ein grausliches Foul also ganz du sagst sie haben auch die Ukrainer geschwächt der eingewechselte Besedin musste wegen diesem Foul also der Schwede wollte ihn nicht verletzen das muss man dazu sagen er hat natürlich auf den Ball gespielt aber durch durch das Spiel mit dem Ball durch ist er quasi mit voller Wucht auf das Knie des Ukrainers gekrachtet Danielson wurde ausgeschlossen und hatte noch die Frechheit sich darüber zu beschweren Besedin musste auch ausgewechselt werden hat nicht gut ausgeschaut hoffentlich nichts Schlimmeres wissen wir zu dem Zeitpunkt jetzt nicht aber die Ukraine hat es zumindest sportlich dann gelöst kurz vor Schluss das 2 zu 1 gemacht und musste nicht ins Elfmeter schießen sondern ja quasi der Lucky Punch dann durch den auch kurz zuvor eingewesselten Artyom Dovbik wir kennen ihn alle ja wie unsere Westentasche ich muss ehrlich ich habe keine Ahnung wo der Typ spielt ich müsste jetzt selber nachschauen also das ist also einer von denjenigen die man auch bei dem ukrainischen Team nicht so ganz auf der Rechnung gehabt hat Franz Falk hat keine Wikipedia Seite in der deutschen Wikipedia ja schön von Nachfolgerverein von Niprot Nipropetrovsk also vom SC Nipro 1 Drücken Nummer 26 das sagt schon der wäre wahrscheinlich ohne die Erweiterung auf die 26 gar nicht dabei gewesen ja der hat auf jeden Fall in der 120. Minute Sieg auf die Ukraine geschossen damit ist die Ukraine erst mal seit 2006 wieder im Viertelfinale von einem großen Turnier ja und trifft dort eben auf England wir haben jetzt über die bisherigen Viertelfinale noch nicht so gesprochen werden wir vielleicht auch jetzt nochmal lassen reden wir dann später noch ganz kurz drüber wie die Ausgangslagen dort sind aber Schweden gegen England Samstag Ukraine gegen England Entschuldigung Ukraine gegen England Samstag 21 Uhr in Rom und damit bleibt bleibt uns noch ein Viertelfinale und wie es zustande gekommen ist und zwar beginnen wir mit Belgien gegen Portugal das war das Spiel Montagabend einer der Sonntagabend Das war auch war auch so ein Spiel das nicht zum Aufbleiben eingeladen hat so zu formulieren wir haben jetzt vorhin gesagt die Engländer spielen so ein bisschen wie die Franzosen 2018 super kontrolliert und effektiv ganz ähnlich ist es bei den Belgiern die nutzen ihr Potenzial im Kader keineswegs dafür aus um aufregenden geilen Fußball zu spielen sondern sich da irgendwie durch zu prügeln durch diese Europameisterschaft haben natürlich in der Vorrunde alle drei Spiele gewonnen nur ein Gegenteuer bekommen also es stehen jetzt da nicht wesentlich schlechter da als die Engländer und jetzt eben 1 zu 0 gegen Portugal das immerhin einer der Mitfavoriten gewesen ist allerdings in dem Spiel muss man sagen die Belgier haben für meine Bedürfnisse zu langsam gespielt aber den Portugiesen ist auch nicht wahnsinnig viel eingefallen um daraus groß was zu reißen Also in der ersten Halbzeit haben beide irgendwie versucht sich so weit rauszulocken und zu belauern dass man irgendwie mit Umschaltssituationen dann zum Erfolg kommt aber sobald die Formation gestanden ist und die ist sehr schnell gestanden da hat es gereicht wenn einer mal im Gegenstoß kurz mal irgendwie nicht den ganz schnellen Ball nach vorne gespielt hat da war dann einfach Schluss da war dann fast klar das ein bisschen ein Zufallstor sein muss das war es dann auch ein Weitschuss Tor 42. Minute und dann haben die Belgier den zweiten Halbzeit gesagt so liebe Portugiesen dann schaut mal dass es durch unsere Mauer durchkommt Portugiesen haben sich das angeschaut haben nicht wirklich Rat gewusst erst in der letzten Viertelstunde 20 Minuten ist ein bisschen mehr gekommen ein bisschen gefährlicher geworden aber es hat dann nicht mehr gereicht und Portugal ist jetzt damit eben ausgeschieden Achtelfinale glaube ich bei der WM was mich sehr fasziniert hat war und ich habe da ganz besonders dann eben das Augenmerk in der zweiten Halbzeit darauf gelegt wie völlig an Bruno Fernand das Spiel vorbeigelaufen also das ist 55-60 Minuten eingewechselt worden ein paar Schritte nach vor ein paar Schritte nach hinten war ähnlich schon so ich habe mir das gedacht in dem Spiel gegen Deutschland auch man hat manchmal ein bisschen den Eindruck gehabt dass er von den Mitspielern bewusst irgendwie zum Teil ignoriert wird ich bin ein bisschen am Rätseln ob das irgendwie vielleicht in der inneren Gefügigkeit von der Truppe halt immer einfach Ronaldos Team ist und Bruno Fernandes da auch in seiner Rolle nicht so recht Platz hat also auf jeden Fall glaube ich schon dass das ein großes Problem war auf dem Weg von Portugal zu diesem doch relativ enttäuschenden Europameisterschaften weil sie haben ein Spiel gewonnen und das fast nicht das haben sie 2016 auch das ist richtig das ist korrekt aber das ist schon glaube ich ein Problem war wenn schon nicht außerhalb des Feldes dann doch auf dem Feld dass das nicht so recht zusammengepasst hat möglich möglich durchaus wir haben ja vor dem Turnier oder es wurde vor dem Turnier grundsätzlich sehr viel darüber spekuliert ob Ronaldo ein bisschen zur Belastung für dieses Team wird hat sich schlussendlich absolut nicht bewahrheitet hat Ronaldo hat glaube ich kann man sagen auch in diesem Spiel alles für die Mannschaft getan hat viel gearbeitet und wenn was gelaufen ist dann hat er versucht irgendwie einzuleiten oder mit zu spielen darin aber in anderen Stellen also Schotter der bei Liverpool großartige Saison gespielt hat wenig zur Glentung gekommen in dieser Mannschaft Fernandes dasselbe hat nicht geklickt war vom Papier her eine sehr gute Mannschaft gewesen die aber irgendwie das nicht so auf den Rasen gebracht hat und schlussendlich im Achtelfinale nach Hause fährt weil wir auf dem Teamgefüge sprechen das ist auch was über das man vielleicht ein bisschen befragend reich schlussendlich reden hätte können ganz auffällig für mich und ich glaube im Platz geht in die Kabine und kein Teamkollege klopft ihm wenigstens auf die Schulter und tröstet in irgendeiner Form wobei weißt du an was mich der Auftritt von Papier erinnert hat zweite Halbzeit schon aber vor allem dann in der Verlängerung Rückspiel Paris Saint-Germain im Champions League Halbfinale dieses Pampige dieses heute passt nicht so recht heute interessiert mich nicht also kein irgendwie jetzt schmeiße ich mich extra rein erst recht rein wie es eben wie du es gerade gesagt hast wie das ein Ronaldo zum Beispiel da lässt dann ein Papier dann halt das Spiel ein bisschen an sich vorbeilaufen und es war ja schon fast eigentlich mit Ansage dass der dann zum letzten Elfmeter hingeht und den dann verballert ja einerseits schon was man dabei nicht vergessen darf ist natürlich ein Papier ist 22 Ronaldo ist in diese Rolle als der Anführer dieser ganzen Fußball Nation ein bisschen reingewachsen einfach über die letzten eineinhalb Jahrzehnte das das hätte er mit 22 jetzt auch nicht gebracht ja 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 aber er muss das auch nicht genauso wenig wie es eigentlich ein Papier gemusst hätte aber was der Ronaldo schon gemacht hat war dass er sich wenn man sich erinnert WM 2006 2008 als es doch noch einige andere gab die da auch noch routinierter waren ich denke 2006 Anonifigo die haben sich der hat sich dann nicht so irgendwie so einfach mittreiben lassen und dann aber doch für sich beansprucht auch bitte der Held beim letzten Elfmeter zu sein möglich also mir ist es jetzt nur in diesem Zusammenhang aufgefallen dass die Franzosen da eventuell auch Probleme gehabt es gab ja auch Munkeleien über Streit mit ich glaube Papier und Giroud wir haben vor dem Turnier spekuliert ob das mit Benzema vielleicht zum Problem werden könnte in der Gruppendynamik also insgesamt vielleicht etwas zu bedenken und es hat sich wenn man jetzt sagt bei Portugal hat es am Feld auch nicht so geklickt ja schauen wir mal also die Chemie ist in so einem Turnier die Chemie in der Mannschaft entweder abseits des Feldes oder eben auch auf dem Feld die musst du immer erst mal finden auf dem Papier sind da jetzt doch einige Mannschaften draußen die die überragendes Spielermaterial haben muss man sagen ja und bevor ich mich da jetzt zu sehr reinquatsche in einen Strudel den ich einfach nur zu rechtfertigen versuche mir ist einfach nur aufgefallen als du das gerade gesagt hast dass wir das über ein paar B auch noch unterbringen sollen die Belgier haben sich schlussendlich durchgesetzt kommen jetzt im Viertelfinale eben gegen leider nicht Österreich an die Reihe damit kommen wir zum letzten Vorrundenspiel Achtelfinalspiel Achtelfinalspiel War das das beste österreichische Länderspiel seit dem 4-1 in Stockholm Herbst 2015 ich würde sagen ja ja wahrscheinlich also das kommt hin ich könnte mich jetzt seither an keine vergleichbaren Leistungen erinnern also es war ich habe es eh getwittert während dem Spiel mich hat dieses Spiel gegen Italien so dermaßen an die gesamte Ära Koller erinnert also wir erinnern uns Koller kommt 2012 als Trainer Ende 11 Anfang 12 also Ende 11 ja im November glaube ich gegen die Ukraine das erste Spiel kommt als Trainer daher niemand hat ihn so ganz genau gekannt wir hatten wirklich schlimme Jahre hinter uns hat sich nicht wahnsinnig viel erwartet genauso sind wir als Österreich auch in dieses Spiel gegangen es war eigentlich eine schreckliche Vorbereitung keine gute Gruppenphase abgesehen vom Spiel gegen die Ukraine natürlich und alle waren froh dass wir schon dort sind dann wie Koller das eben gemacht hat der hat über Jahre dann eine gute Mannschaft aufgebaut in dieser ersten zweiten Hälfte die Österreicher vor allem eben in der zweiten Hälfte natürlich mit guter Arbeit haben sie irgendwie Vertrauen aufgebaut und gerade in dem Moment wo man euphorisch geworden ist gleich wie bei Koller 2-15 wo man sich gedacht hat im besten Moment schlagen wir alle und genau bei diesem Spiel jetzt die Italiener in der Ende der zweiten Hälfte dachten man sich yes das ist drin Heartbreak so richtig schön irgendwie geht plötzlich alles schief und es geht alles den Bach runter was sich allerdings unterschieden hat muss man dann sagen die Österreicher haben nachdem sie zwei Tore bekommen haben in der Nachspielzeit wirklich immer noch weiter gekämpft und immer noch sinnvoll weiter gekämpft also tatsächlich weiterhin eine gute Leistung gebracht und waren auch bis zum Schluss ganz knapp dran dann nochmal ranzukommen nochmal den Ausgleich zu schaffen ja und dass wir um 10 cm dieses Spiel auch gewinnen hätten können werden wir eh alle nie vergessen ja weiß ich wie es wie es wie es bei dir war diese quasi wie viel waren es anderthalb Minuten zwischen dem Tor und dem dass es nicht zählt also mein erster Gedanke war aha so das könnte wirklich funktionieren die werden doch wohl nicht dann war irgendwie Umschnitt auf Mancini und ich denke mir jetzt bin ich gespannt was er macht und dann war Wiederholung vom Tor und ich habe gesagt au das kommt zurück ach ja ich glaube ich glaube nicht dass ich es in der ersten Wiederholung schon klar gesehen habe den Verdachten natürlich schon aber gewusst hätte ich es dann noch nicht aber ja es ist halt die richtige Entscheidung es gab in Österreich danach eine Diskussion ich verstehe dass der Marco Anatovic in der Situation niedergeschlagen ist und sagt hey das geht meinem Arsch ich habe mich eineinhalb Minuten gefreut und dann gilt es nicht vollkommen klar kein Vorwurf an den Spieler dass er da frustriert ist über das dass ganz Österreich dann anfängt über WAA zu diskutieren weil es die richtige Entscheidung erzeugt hat ist einfach an Lächerlichkeit nicht zu überbieten und ist ein bisschen so ja das braucht es in Österreich immer so ein bisschen irgendwas ist immer ungerecht wenn es da aussieht ich habe mir vor ein paar Tagen nämlich genau auf die Saufi und auch vor dem Hintergrund dass jetzt der WAA auch in Österreich kommt die unsere Podcast Folge nochmal nachgehört die wir letztes Jahr im Februar hatten glaube ich mit Alex Feuerherd genau zu dem Thema und da hat er dann da hat er dann noch was Schönes gesagt also der Fußball Fan er hat das Gefühl dass viel damit zusammenhängt dass sich mit dem WAA der Fußball Fan ums Betrogenwerden betrogen fühlt also so ein bisschen das Motschgern um das Motschgerns Willen das ist mir so ein bisschen ja sicher ist Arsch in dem Fall aber wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre und 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 die Italiener ein Tor wegen 20 Zentimeter abseits dann nach eineinhalb Minuten ab erkannt wird ist Euphorie ist Euphorie und die Krone Titel danke WAA und was weiß ich genau und das ist halt so ja es ist einfach lächerlich wenn man das nicht trennen kann diese klare Emotion und was aber trotzdem schlussendlich gut für das für den für den Sport ist ich meine WAA hat viele Probleme ist noch lange nicht perfekt gibt viel zu tun aber gerade hier keine Diskussion ganz einfach dass es die richtige Entscheidung hervorgebracht hat auch dieser Elfmeter den die Österreicher dann mal reklamiert haben der auch nicht gegeben wurde weil es eben abseits gewesen ist auch das war die richtige Entscheidung in beiden Fällen braucht man sich nur reinversetzen wie es wäre italienischer Fan zu sein und es gibt kein WAA und es wird gepfiffen oder eben nicht gepfiffen oder es gibt einen Elfer für Österreich und das Tor gilt auch dann weiß man sofort wie scheiße es wäre wenn der WAA nicht da ist dass es einfach die richtige Entscheidung war und wir über das jetzt wirklich nicht zu diskutieren beginnen müssen gerade das eine Frage die ich dir stellen kann vielleicht weißt du es weil ich es eigentlich bis jetzt nicht mitgekriegt habe sondern nur auf Twitter nach dem Spiel ab Katar 2022 wird abseits offensichtlich automatisiert erkannt in WAA soll offenbar mit mittels KI oder was sodass das dann quasi genau diese technische Lösung ist von der der gute Alex Feuerherd vor anderthalb Jahren auch bei uns im Podcast dann gesprochen hat wo es eben genau um das gegangen ist damit abseits dass die große Lösung zu mehr Akzeptanz einfach die Geschwindigkeit der Entscheidung ist das ist soll eben offenbar ab Katar diese 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 Lösung sein und was mich auch bei dem bei dem Spiel gegen Italien ein bisschen genervt hat war dass der Thomas König und der Roman Melig auch nach vier Jahren Videoassistent die längst etablierte und Handhabung von abseits dass eben die Fahne unten bleibt dass man es überprüfen kann dass die da immer noch watschgern und dann muss das sein und dann fuhre halt auf das wird ein mühsames Jahr in Österreich in der Bundesliga glaube ich ja weil schon in wesentlich kompetenteren Fußball Öffentlichkeiten wie er so seine erklärungsbedürftigen Momente also Schwierigkeiten hat das zu erklären warum etwas jetzt so ist wie es ist und dass das nicht falsch ist sondern den Regeln entspricht oder dass es vielleicht nicht optimal ist aber warum das so passiert und dass man das eventuell adaptieren muss und nicht deshalb alles sofort über den Haufen schmeißen muss das wird in Österreich ganz sicher eine mühsame Situation ich meine ich habe es mir nicht im ORF eingeschaut das Spiel bei eurer Liebe aber ja das kann ich mir ganz gut vorstellen dass über das viel gemacht wird ich weiß es gibt es gibt Situationen da denke ich mir auch okay das war jetzt eineinhalb Meter das muss man jetzt echt nicht nach 25 Sekunden laufen lassen aber das sind nicht WER Probleme das ist tatsächlich das Problem wenn der Schiedsrichter eine falsche Entscheidung trifft das gibt es ja eben auch noch wir haben kein hundertprozentig von WER geleitetes Spiel wir haben ein teilweise unterstützt das WER Spiel quasi momentan also teilweise unterstützt es heißt Video Assisted Refereeing es ist tatsächlich eine teilweise Unterstützung des Referees in manchen Entscheidungen nicht immer macht es alle glücklich nicht immer ist es auch glaube ich richtig was entschieden wird oder konsistent aber von der Grunddynamik her haben wir mehr richtige kritische Entscheidungen als wir das vorhatten das ist das was ein bisschen vergessen wird in dieser Suderei von wegen die Emotionen vom Fußball ist draußen und jetzt sind genauso viele falsche Entscheidungen nur werden sie halt im Keller getroffen statt am Spiel nein wird es nicht es gibt viel weniger falsche Entscheidungen und das Spiel Österreich gegen Italien da waren eben zwei Entscheidungen dabei die leider am Schluss gegen uns entschieden wurden aber richtigerweise gegen uns entschieden wurden und damit ich würde die Diskussion auch da beenden und vielleicht eher darauf umschwenken mit was war eigentlich los warum hat Österreich plötzlich so gut gespielt weil sie nach einer sehr tempoarm von beiden Teams recht tempoarm gestalteten ersten Halbzeit ich habe es dann eher aufgeschrieben ein bisschen Eindruck gehabt so jeder wartet dass sich der andere als erster bewegt dass dann tatsächlich die Österreicher waren die sich nach der Halbzeit als erster das bewegt haben und zwar insofern als die drei im Mittelfeld Schlager auf der 6 und ah Krilic auf der 6 und Schlager und Sabic auf der 8 die sehr zielgerichtet dran gegangen sind Jorginho und Verratti ein bisschen aus dem Spiel raus zu pressen das hat funktioniert weil Verratti von Haus aus nicht auf 100% war die ganze Saison bei Paris war schon mal immer wieder Verletzungsprobleme gehabt nie so richtig in die Spielpraxis gekommen ist und Jorginho damit ein bisschen auch seiner Anspielstation beraubt worden ist weil Nicolo Barrella relativ hoch gestanden ist und damit eigentlich fast nur mit steileren mit längeren Pässen zu erreichen war und und damit haben die Österreicher tatsächlich es geschafft die Italiener in deren eigene Hälfte zurück zu drängen womit die Italiener auch gerade nach dieser ersten Halbzeit wo die Österreicher so ab der 10. 50. Minute sehr passiv waren relativ deutlich nicht gerechnet haben dass es in Wahrheit der Bank bedurft hat dass man das Spiel aus italienischer Sicht dann doch wieder irgendwie irgendwie beruhigt hat weil und das war schon auch auffällig der erste Wechsel von Franco Voda das war in der Nachspielzeit also quasi 90. Minute und wenn der Baumgart da keinen Krampf gehabt hätte dann wäre der Wechsel wahrscheinlich auch nicht gewesen das war zu einem Zeitpunkt als als Roberto Mancini schon viermal gewechselt gehabt und eben die längere Bank dass die bei Italien ist das war uns klar und das war auch das was letzten Endes dann die Entscheidung gebracht hat und zwar gar nicht mal so sehr womöglich der Chiesa der dann das 1-0 gemacht hat sondern der Pessina der für Marella gekommen ist der sich sehr viel mehr ins Spiel involviert hat der sehr gute Laufwege gehabt hat das Spiel ein bisschen mitgezogen hat eben unter anderem den Alaba beim 1-0 für Italien während der Vorda Parella die eine Mördersaison gespielt hat bei Inter eher mit sich und mit dem Schiedsrichter beschäftigt war und früh gelb vorbelastet eher so ein bisschen gewandelt ist auf einer schmalen Linie ja ich würde einerseits das aber ich würde es gar nicht so sehr dann auf die der Wechsel hat den großen Unterschied lagend war oder weil dann die Personalie so viel besser sondern ganz einfach weil du hast gesagt Österreich hat spät gewechselt die Italiener früher sie waren frischer einfach du hast gemerkt die Österreicher werden müde das ist auch vielleicht der einzige Vorwurf den man Franco Foda irgendwie machen könnte aber würde ich jetzt gar nicht das Vorwurf formulieren ich glaube er hat an die Mannschaft in der Form geglaubt und wusste gleichwertig bringt er da jetzt nichts auf den Platz und dann hast du eben die Entscheidung zu treffen bleibe ich taktisch jetzt dort wo ich bin weil es funktioniert oder bringe ich frische Kräfte auch wenn es dann ein bisschen anders funktionieren muss und er hat sich fürs Erste entschieden was eine nachvollziehbare Entscheidung war aber schlussendlich dann halt glaube ich schon ein bisschen eine Rolle gespielt hat warum plötzlich diese zwei Tore Rückstand aufgebrochen sind und dass das einen Riesenunterschied gemacht hat eine Sache die ich nicht vergessen bevor wir uns zu sehr an Mythenbildung beteiligen es war jetzt keine perfekte Leistung der Österreicher es war eine sehr gute Leistung aber in der ersten Hälfte hat es auch über 30 Minuten so ausgeschaut als wäre es eine Frage der Zeit bis die Italiener das brechen die die Österreich hat sehr gut begonnen die Italiener haben aber dann ungefähr nach 10 15 Minuten durchschaut dass Österreich dafür die Seiten weitgehend aufgibt um so spielen zu können wie es gespielt hat hat dann verstärkt dort angegriffen das war der Punkt wo ich mir gedacht habe schon beeindruckend wie sich Italien dieses Spiel anschaut sofort reagiert auf das wo der Gegner Schwächen hat das sofort an Bord und ein Problem nach dem anderen irgendwie zu lösen beginnt was aber dann nie so richtig funktioniert war dieses letzte Problem diese letzte Linie der Österreicher tatsächlich zu brechen weil dort ist man wirklich bombensicher gestanden aus österreichischer Sicht hat eine sehr kompakte hat viele Dreiecke aufgezogen hat sich einfach nicht überspielen lassen und die Italiener nicht so richtig zu Chancen kommen lassen darüber sind die Italiener eben nie hinausgekommen und mit Beginn der zweiten Hälfte wo das mehr oder weniger das Problem gewesen wäre das jetzt zu lösen wäre für die Italiener haben die Österreicher reagiert und sind eben weiter nach vorne aktiver geworden wieder und haben das Spiel an die Dings herangetragen aber ja den Teil sollte man vielleicht nicht vergessen dass es in der ersten Hälfte ja auch erwartbar dass die Italiener irgendeine Phasen haben werden wo sie stärker sind weil wir dürfen nicht vergessen wie gut diese Mannschaft bis jetzt in diesem Turnier gespielt hat und auch ist ja am Papier und daran sieht man dann auch wieder wie wichtig es ist dass man dann vielleicht doch der Erste ist der reagiert Scheißwort proaktiv das Game co-coacht etwas das ja Franco fordert nicht immer oder genau das weil es ja oft so ist dass man dann einfach so weitermacht aber der Gegner was macht so Anfang zweiter Halbzeit oder nach einer Stunde oder so und Österreich dann irgendwie zum Reagieren gezwungen ist genau das was eben jetzt in diesem Match die Trainer gezwungen waren zu machen und ich hoffe doch also ich habe doch irgendwie die die Hoffnung dass das womöglich jetzt doch ein bisschen vermehrt dann auch in den kommenden Spielen so ist dass Österreich ein bisschen mehr selbst irgendwie Lösungen sucht und nicht wartet bis der andere einen neuen Lösungsansatz versucht die Richtung vorgibt ja genau dass man nicht ganz so sehr der Passagier ist im Spiel sondern vielleicht doch ein bisschen mehr der Pilot zweiter Aspekt Österreich hat jetzt gegen die Italiener sehr gut gespielt dazu muss man sagen weniger Ballbesitz gehabt und gegen die Ukraine sehr gut gespielt und auch dort weniger Ballbesitz gehabt natürlich ein bisschen dort dem Spielverlauf schon geschuldet aber wir haben vorher in diesem Turnier schon ein paar Mal darüber gesprochen Franco Foda hat bis zum Spiel gegen die Niederlande inklusive dem Spiel gegen die Niederlande kein Bewerbsspiel gehabt wo die Österreicher weniger Ballbesitz als der Gegner hatten und erst gegen die Ukraine und ich glaube da war es 49, 51 hatte man zum ersten Mal weniger Ballbesitz und jetzt war es gegen Italien auch dort ganz viel ganz dezent weniger aber doch glaubst du ist das eine Lehre oder glaubst du ist das bedeutungslos oder glaubst du kann man daraus eine Lehre ziehen sagen wir so dass die Österreicher ich glaube nicht dass es bedeutungslos ist ich glaube aber nicht dass das was ist was man jetzt groß ändern wird können weil ja ich meine wenn wenn der Gegner Italien heißt und er im Achtelfinale ist ja aber ist das das eine aber wenn man dann Anfang September ich glaube erster Zeit dass September sowas auswärts in Moldawien spielt das wird man nicht hinbekommen dass die Moldawier den Ball haben wollen das ist jetzt aber auch nicht das Spiel wo es wirklich nötig ist es geht eher um die Spiele gegen Dänemark vielleicht gegen Schottland ein bisschen dass man dort ein bisschen mehr versucht den Ball nicht die ganze Zeit zu haben oder eine wie soll man sagen eine reaktivere Spielweise vielleicht an den Tag liegt die dem Team sicher nicht schlecht liegt dass es jetzt gegen schwächere Gegner nicht funktionieren wird ist glaube ich immer klar das Schlüssel glaube ich ist eher dass man und das hat gut funktioniert erste Halbzeit gegen Ukraine und das hat auch eigentlich gut funktioniert gegen Italien die Absicherung hinter der Pressingwelle dass man die ordentlich herstellt dann wird man nämlich eben auch gegen Schottland und gegen Israel mehr Situationen haben wo man dann eben in der generischen Hälfte ins Gegenpressing geht vielleicht wirklich drei, dreißig Meter vom Tor entfernt den Ball wieder erkämpft weil das war ja genau das Erfolgserlebnis das Erfolgsgeheimnis gegen die Ukraine in der ersten Halbzeit und das war auch genau das was was gegen Italien in der zweiten Halbzeit so gut funktioniert hat und das sind Sachen die haben jetzt drei, vier, fünf Wochen daran arbeiten können dass das so funktioniert bis jetzt funktioniert hat ich halte es schon für möglich dass man da ein bisschen was jetzt mitnimmt in den Herbst weil ich möchte jetzt nicht sagen nötig wäre es weil haben wir ja schon gesagt was jetzt im Herbst passiert in der EM-Qualifikation ist relativ unbedeutend weil Österreich ja sowieso den Platz im Playoff zu 99% fix hat aber wäre schön wenn man da den Schwung von der Euro dann im Herbst ein bisschen mitnehmen kann ja was uns zur letzten Frage bringt was machen wir jetzt mit Franco Foda ja also WM-Qualifikation wird er mal auf jeden Fall fertig machen also das ist das wäre auch nur dann anders gewesen glaube ich wenn Österreich wirklich in der Vorrunde rausgefallen wäre dass man da diskutieren hätte können drüber diskutiert worden wäre drüber wenn das jetzt so funktioniert wie das jetzt die letzten zwei Spiele funktioniert hat wäre natürlich es holler bleiben ich habe ein bisschen den Verdacht wenn das jetzt in der WM-Qualifikation nicht auch völlig den Bach runter geht dass dieses Achtelfinale nicht nur das erreichen sondern auch die Art und Weise wie sich Österreich da präsentiert hat gegen Italien zumindest schon die halbe Mitte war zum Ticket für 2024 zumindest bis Ende 2023 bis Ende EM-Qualifikation da wäre ich jetzt da hoffe ich jetzt doch dass das nicht so ist also wenn Franco Fodor jetzt die Mannschaft so weiter bearbeitet sagen wir es mal wie er es jetzt offensichtlich im Verlauf dieser Euro hingekriegt hat granted auch mit endlich mal mehr Zeit wo er die Mannschaft zusammen hat und auch mal wirklich auch wieder komplett also auch Anatovic war ja lange nicht dabei das macht Dinge natürlich zum Beispiel schwieriger wenn du einfach er wird auch im Herbst nicht viel dabei sein glaube ich aber jetzt hat er die Mannschaft mal zusammen gehabt und das waren gute Ergebnisse wenn das so weiter geht passt bin ich bereit zu sagen dass meine Meinung im Vorfeld dieser Euro und nach den ersten zwei Spielen zu vorschnell war und dass wir mit ihm weiter arbeiten können aber ich würde wirklich einen Teufel tun und jetzt von 2024 zu reden beginnen weil die Quali für 2022 ist ganz einfach also entscheidend erstens wie sie absolviert wird und zweitens auch dass sie hoffentlich gelingt spätestens über das Playoff kann natürlich du hast mich gefragt was ich glaube das jetzt passieren wird nicht was ich tun würde ich habe gefragt was tun wir jetzt mit dem Franco-Forda und das ist schon was wir hatten wir hatten ich glaube die gleiche Diskussion ja schon nach der Nations League war das glaube ich oder war es schon davor als quasi der Vertrag dann verlängert wurde jetzt bis auch 2022 also bis zur WM-Qualifikation Ende zumindest da hatte man schon irgendwie plötzlich wurde verlängert ohne dass man irgendwie jemals gesehen hätte wohin Fodor mit dem Team so richtig kann und jetzt sind wir eigentlich vor einer ähnlichen Situation nur dass es jetzt diese vor allem diese zwei Spiele gegeben wir dürfen nicht vergessen das Spiel gegen die Mazedonier war nicht überragend das war okay aber es war nicht überragend das Spiel gegen die Niederländer war eine Frechheit ja eine absolute Frechheit und hinterher muss man jetzt auch sagen wir haben eine Riesenchance vergeben einerseits dadurch dass wir nicht das Unentschieden gegen die Ukraine in Kauf genommen haben andererseits aber auch dass wir es gegen die Niederlande nie probiert haben denn klar ist das Aus gegen Italien heroisch und klar war es kann man das durchaus als Erfolg verkaufen dass man so knapp dran war und kann das Achtelfinal aus quasi als Erfolg verkaufen aber in jedem anderen hätte man die Niederlande geschlagen zumindest dann unentschieden gemacht wäre der erste Platz da auch drin gewesen in dieser Gruppe und dann hätte man die Tschechen gehabt und nicht die Italiener und dann hätte man jetzt eben Dänemark und dann wäre danach eben nicht Spanien oder Belgien gekommen also das ist halt man hat sich da schon in eine blöde Bredouille gebracht durch dieses erste also vor allem dieses zweite Spiel gegen die Niederlande wo man einfach nicht die Leistung auf den Platz gebracht hat das darf man einfach nicht vergessen man war körperlich anwesend mir auch nicht und jetzt dieses dritte Spiel gegen die Ukraine war gut keine Frage das Spiel gegen die Italiener war sehr gut keine Frage es war aber auch einfach nur haben endlich mal wieder Österreich am Rande seines Potenzials erlebt im Prinzip es war nicht so dass man nicht wusste dass so eine Leistung in diesem Personal drin steckt es war nur super überraschend das unter diesem Trainer nochmal zu sehen und von dem her muss ich sagen ich will das von Fodor noch öfter sehen bevor ich drüber rede ob er 2024 noch an der Seitenlinie stehen soll ja ist dann natürlich auch die Frage der Alternativen aber jetzt mal diese WM Qualifikation die angebrochene wir erinnern uns einem 2 zu 2 in Schottland einem 0 zu 4 daheim gegen Dänemark einem 3 zu 1 Gefahr höher viel mehr haben wir ja noch nicht gehabt schauen wir mal was da im Herbst dann halt noch so rauskommt ich bin immer noch der Meinung also dass Platz 2 in der Gruppe das absolute Minimalziel sein muss auch nachdem er jetzt meinen 30. März in Wien so eine übers Haupt bekommen hat ja das spielt im Endeffekt ja auch gar keine Rolle für den zweiten Platz man muss die Schotten schlagen im zweiten Spiel und dann kann man diesen zweiten Platz einsacken und was die Dänen dann eventuell noch liegen lassen und ob man sich dieses 0 von diesem 0-4 noch irgendwann erholen kann das hat man dann weniger in der Hand glaube ich aber ja man muss jetzt einfach gute Leistungen weiterhin bringen und die Mannschaft muss sich weiter in die Richtung entwickeln wo es jetzt die letzten zwei Spiele hingegangen ist dann soll Fodor von mir weitermachen sonst werden wir relativ schnell wieder zu diesem Trott zurückkommen der vor der Euro ein bisschen geheirsched hat und auch während der Euro noch gut ich glaube damit hätten wir es damit hätten wir das Achtelfinale ich würde trotzdem sagen reden wir noch kurz über die Viertelfinale naja stimmt würde sich schon gehören würde ich sagen ist nicht falsch erstes Viertelfinale wir haben vorher schon kurz angerissen Spanien gegen Schweiz aber wie gesagt vorhin schon angerissen wir sehen Spanien natürlich als Favoriten Schweiz nicht ganz nicht ganz ohne Chance ich hätte jetzt ich glaube doch dass die Schweizer emotional mehr gelassen haben auch wenn sie am gleichen Tag gespielt haben und beide 120 Minuten gespielt haben ich glaube dass die Schweizer emotional mehr gelassen haben ich glaube auch dass den Schweizer es sehr wehtun wird dass Kalani Chaka eben nicht dabei ist und bisschen Rike der ja doch fleißig herumtauscht und auch so ein bisschen die Belastungen gut steuert und wie gut ist der P3 mit dem Rückpass aber das war eine super Partie ja also würde mich schon eher überraschen wenn weil einfach auch die Spanier schlicht und einfach auch die längere Bank haben das ist dann genau so ein Spiel wenn beide solche Achtelfinale hinter sich gehabt und wo dann die Qualität die man von der Bank bringen kann durchaus Unterschied machen kann vor allem wenn es vielleicht nach einer Stunde noch eng ist ja wie gesagt ich glaube die Schweiz die schon diese Überraschung schon noch mal drin hätte aber Favorit ist natürlich Spanien das ist eh das Viertelfinale wo wir noch am meisten vorausgeschaut haben das zweite Viertelfinale Belgien gegen Italien würde ich jetzt sagen einerseits die Italiener für mich Favorit weiterhin auch wenn es gegen Österreich jetzt schlussendlich knapp war haben sie doch überzeugendere Leistungen in diesem Turnier bisher gebracht als die Belgier denen man muss man dazu sagen die beide jetzt tatsächlich sowohl um Eden Hazard als auch um Kevin De Bruyne zittern müssen weil das haben wir vergessen zu sagen die Portugiesen haben schon noch einen ordentlichen Eindruck im Turnier hinterlassen vor allem mit dem Foul an De Bruyne wo auch Berlin ja sich ernsthaft noch drüber beschwert hat eine gelbe Karte zu kriegen wo man sich teilweise denkt was in diesen Spielern vorgeht dass sie nicht Danke sagen und beten gehen dass sie mit einer gelben Karte davon kommen sonst sie sich drüber beschweren wenn sie einigen Spieler gerade schwer verletzt ich sehe Belgien Italien tatsächlich als vorgezogenes Halbfinale der Halbfinale Gegner wäre dann der Sieger aus Spanien Schweiz und wie du es vorhin gesagt hast die Spanier haben 10 Tore in den letzten 2 Spielen plus eine Verlängerung gemacht aber die kriegen halt auch die Hütte angefüllt mit solchen billigen Dingen und das passiert in Belgien nicht und das passiert in Italien eben auch nicht Defense Wins Champions X sagen wir ja ganz genau und darum wird das sicherlich ein bisschen das auch im Hinblick auf einen möglichen Finalteilnehmer durchaus eine nicht ganz unentscheidende Bedeutung haben ich sehe auch die Italiener leicht vorne aber eher auch nur aus dem Grund wie du gesagt hast dass Hazard und De Bruyne eben nicht auf 100% sind und die Italiener gezeigt haben wenn dabei eine lange Bank haben wenn überhaupt dabei also das ist die Frage und die ein Duell auf das ich gespannt bin ist die italienische Abwehr nicht die schnellste gegen Romelu Lukaku das ist durchaus eine andere Challenge muss man sagen weil ich mag Lukaku der kann sehr vieles er ist vielleicht nirgends der großartigste von allen aber er kann wirklich viele Dinge und kann super unangenehm für alle Verteidiger sein und die italienische Abwehr steht vor einer neuen Herausforderung glaube ich könnte eventuell ein entscheidendes taktisches Element sein ob es dem Roberto Martinez gelingt den Stürmer da ordentlich einzusetzen richtig einzusetzen gut dann haben wir am Samstag das erste Spiel am Samstag in Baku Dänemark gegen Tschechien haben auch vorhin schon kurz drüber gesprochen dass die Dänen da mehr auf einer Welle schwimmen als die Tschechen die als schlechteres Team gegen die Schotten gewonnen haben die ein eh okayes 1-1 gegen Kroatien geholt haben und mehr oder weniger völlig ambitionslos gegen England gespielt haben und verloren haben und dann davon profitiert haben dass sich die Holländer dass bei den Holländern dann die letzte halbe Stunde nur noch 10 Leute am Feld waren ja wir haben es ja schon gesagt es ist ein bisschen schwierig die Tschechen einzuschätzen weil sie so uninteressant sind dass ich sie zumindest mir nicht im letzten Detail auch angeschaut habe vielleicht übersehe ich da auch irgendwas was sie super großartig machen aber ich habe nicht das Gefühl in letzter Konsequenz dass sie auf Augenhöhe mit den Dänen sind was auch daran liegt dass ich die Dänen eigentlich mittlerweile überhaupt nichts mehr als großartigen Außenseiter sehen würde die haben mir in ja ich meine das Spiel gegen Finnland war auch vor dem bekannten Zwischenfall mit Eriksen nicht großartig okay geschenkt aber das war keins gegen Finnland weil die Finne die haben einfach alle Gegner vor solche Probleme gestellt mit ihrer massierten Defensive aber in allen anderen Spielen jetzt waren die Dänen eine Mannschaft die man sich gerne anschaut die weiß was sie tut die guten Fußball spielt die taktisch klugen Fußball spielt und gutes Ingame Coaching hat äh sehe ich klar als Favorit gegen Tschechien würde ich auch nicht als Außenseiter sehen in einem möglichen Halbfinale mit sagen wir England äh und dann in einem Finale es ist eigentlich auch wurscht wer da kommt es ist äh also die Dänen sehe ich nirgends mehr als ganz ganz klaren Außenseiter in keiner Partie die da noch anstehen kann ähm jetzt frage ich euch noch was Ketzerisches war das jetzt eigentlich genau der Klassiker als England dass du die Deutschen Aussie hast und dann gegen die Ukraine verlierst natürlich wäre es äh der typische das typische Turnierverlauf der Engländer naja wobei die Deutschen raushauen ist nicht typisch aber äh es ist ich dumme schwer wirklich ich hab's ja gesagt ich bin England Fan ich hab da schwingt immer auch Hoffnung mit wenn ich die Mannschaft sehe ich glaube dass sie äh weniger gut aussieht als sie wirklich ist äh wenn man sie so beim Spielen beobachtet äh ich glaube sie ist ganz der Kader ist dermaßen tief gell ja er ist tief er ist vielseitig ähm ähm er die Taktik schaut nicht gut aus und macht Unmut in vielerlei Hinsicht bei Leuten die sich's anschauen aber es ist nicht planlos was sie tun äh äh sondern das ist natürlich ein also es ist eine bewusste Entscheidung so zu spielen also so so verhalten zu spielen auch äh ich bin mir äh ziemlich sicher dass sie gegen die Ukraine jetzt nicht rausfliegen äh Dänemark wird dann eine andere Nummer also das Halbfinale wird spannend aber jetzt gegen die Ukraine sind für mich die Engländer doch deutlicher Favorit und sei es nur weil die Ukraine einfach kein besonders gutes Team ist ähm das auch irgendwie eher zufällig in dieses Achtelfinale Viertelfinale und Achtelfinale reingerutscht ist ähm gut das war ja 2006 auch nicht anders da haben sie in der Vorrunde 0-4 verloren gegen gegen Spanien dann mühsame Siege gegen Tunesiens Saudi-Arabien und dann war dieses Achtelfinale dieses legendäre 0-0 nach Verlängerung gegen die Schweiz wo die Schweizer nicht mal im Elfmeterschießen ein Tor dann reingebracht haben und dann sind sie damals gegen Italien gekommen und dann war aber sehr schnell ein Stoppschild da ähm ja wahrscheinlich schießt die Ukraine jetzt England raus und ich schaue wieder blöd aus mit meiner Vorhersage aber ich ich bin der Meinung dass die Engländer hier doch das klare der klare Favorit sind in diesem Viertelfinale eben auch weil du hast du vorhin gesagt kein Gegentor auch noch hier spielt ja gut gegen Schottland und Tschechien aber you can only play who's in front of you das ist korrekt ja und ähm ja damit hätten wir es jetzt glaube ich geschafft wir haben über dieses Achtel- und Viertelfinale gesprochen wir melden uns natürlich nach dem Viertelfinale wieder mit einer Besprechung und der Vorschau aufs Halbfinale bisher war das ein herausragend unterhaltsames Turnier verglichen mit dem was wir so in den letzten Jahren immer wieder zu sehen bekommen haben vor allem ähm und ich hoffe das bleibt so und ihr habt Spaß am Freitag und Samstag bei den Viertelfinalbegegnungen wenn ihr das erste Mal beim Ball für die Podcast dabei gewesen seid dann klickt jetzt auf Abonnieren in eurer Podcast App ihr findet uns überall wo es Podcasts gibt ähm und wenn ihr uns schon länger verfolgt dann empfehlt uns erstens natürlich weiter und überlegt ob ihr auf patreon.com slash ballverliebt vielleicht ein Bier im Monat reinwerft für uns danke auf jeden Fall fürs dabei sein wir hören uns noch am Ende dieser Woche wieder tschüss baba servus schweiz Vielen Dank.